Ich habe jetzt schon Angst, es wäre wohl klug, die Stadt aus Sicherheitsgründen zu verlassen, bevor das Chaos losbricht. Das ist eine gute Antwort. Beruhige dich, dieses Mal habe ich im Gebet, einen Streit zwischen zwei Stadtbewohnern auf den Grund zu gehen. Lopus wird mir lediglich zu dem Fall Bericht erstatten. Aber warte mal kurz. Du hast eine Beziehung. Das kann er auf keinen Fall vermasseln. Ich sollte bald zurück sein. Du hast eine Meister-Lehrlingsbeziehung? Wie weit bist du dann? Wie weit habt ihr schon gebumst? Lehrlingsbeziehungen gehen immer schlecht aus. Also wirklich, firmentechnisch wie auch privat. Das funktioniert einfach nicht. Ich bin schon Lehrlingsbeziehung für drei. Was machst du nur falsch? Warte mal, ich gehe mit dem Lubos reden. Also ich muss sagen, dieses Spiel ist echt der Short-Meister Nummer eins. Mittlerweile. Du schon wieder. Was gibt es dieses Mal für ein Problem? Derwan erwartet einen Bericht über den zufriedenen Stadtbewohnern. Arbeitst du daran? Es gibt keinen Streit mehr. Ich habe mich um alles gekümmert. Also ist kein Bericht nötig. Zumindest nicht sofort. Glückwunsch. Das ging schnell. Was war das Problem? Was denkst du? Ein Bauer namens Ossiebor hat verfallte Setzlinge und stinkendes Getreide an den Stadtbesitzern Markus Lavka kam. Worüber sonst sollten sich diese gewöhnlichen Leute streiten? Das ist wirklich ein Fall der Ärger und der Aufmerksamkeit. Es wird verdammt schnell, sage ich dir. Ossiebor hatte keine Zeit auf den schnellen Schlag seines Gegners zu reagieren. Sein Blut färbte den Boden rot. Was? Bevor ihm bewusst wurde, dass er getroffen worden war. Ich war beeindruckt, dass er danach noch so schnell weggelaufen konnte. Was ist mit dem Boden passiert? Hat er überlebt? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte absolut kein Interesse daran, ihm hinterherzulaufen. Das ist ein richtiger Gen Z-Typ. Für mich ist die Sache erledigt. Aber wenn du neugierig bist, kannst du ja nach ihm sehen. Er wohnt bei der Kuhfrau. Ich muss wissen, wie es ihm geht. Der Meister war da im Bericht. Ey, die Kuhfrau. Ist das eine Beleidigung? Oder was heutzutage, ne? Das kann doch ein Kuhmann sein. Diversität heutzutage. Wird groß geschrieben. Oder doch klein. Oh, oh. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Haben wir ihn mal tot geprügelt? In der Anschlägerei? Nein, ich muss mit Bukoslava reden. Ach übrigens, wir haben jetzt dann 150 Fleisch, ne? Geht es ohne des blösen Zwiebeln viel besser? Was brauchst du? Ich bin auf der Suche nach Osibor. Geht es ihm gut? Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Es ist ungewöhnlich für ihn, zu spät von der Arbeit zu kommen. Ich hoffe, ich hoffe, er ist nicht in Schwierigkeiten. Magst du deshalb... Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ja, aber lass uns mal mal die Frau beruhigen. Er muss irgendwo in der Nähe sein. Er entfernt sich nie weit von der Stadt oder aus einem Feld. Wenn du über den Weg läufst, okay. Ey, also... Für was braucht man 150 gebratenes Fleisch, ne? Zum Verkaufen, Till. Nee, zum Essen natürlich. Ist doch logisch, oder? Ah, ja. Wie viel kostet das Ding eigentlich? Mein Fett ist unverhältnisvoll. Oh, wow. Wir haben ja kein Problem hier. Sie in der Schenke, na... Oh, jetzt muss ich... Jetzt mache ich überall hinrennen. Ey, im Krankenhaus... Und in der Schenke. Ja, jetzt ist die Frage. Wo gibt es Alkohol? Äh, wo gibt es Alkohol? Bei Weinen? Das schlimmste Sache, über dieses Jahr, sind Moskitoe. Krankenhäuser gibt es hier. Das heißt Lanzarett oder sowas in der Art, ne? Also, würde ich mal behaupten. Oh, boy. Ach übrigens, apropos Verkaufen. Willst du, äh, willst du ein paar Serien auf Blu-ray haben? Nee. Scheiße. Aber den Stuhl, den nehme ich, den du auf ein Foto geschickt hast. Ich habe doch kein... Foto geschickt. Ja, und das Haus nehme ich auch gleich dazu, ne? Ja, genau, genau. Und wenn man dabei ist, wenn wir dabei sind, ist das krass. Die würde mich auch noch interessieren. Das sind irgendwie ein Deja-Vue, habe ich das Gefühl. Äh, ja. Hier ist er nicht. Jetzt gehe ich ins Krankenhaus. Ähm, Pfiff, es gibt, äh, es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. Weil das, ich denke, Einfluss haben kann auf die Antworten der Bewohner. Aber die Story geht ganz genau gleich weiter. Es hat einfach Einfluss auf dein Ansehen, etc. Sprich mit Osibor. Aha, der liegt, der liegt besoffen in der Ecke. Osibor, wer bist du? Wir, wir liegen besoffen in der Ecke. Wie geht es dir? Oh, das ist doch schön. Ich will keine Besucher, ich muss mich aus... Ich habe von dem Streit mit Markus Love gehört. Der Mann würde gerne wissen, was zwischen euch beiden vorgefallen ist. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Er hat sich wie ein Wildes-Tier benommen. Mein alter Freund. Und dann war da noch dieser junge Kerl. Er hat sich herrlich amüsiert. Okay. Verzeih mir, ich habe immer noch große Schmerzen. Der Bader hat mich wieder zusammengeflickt. Er hat mir gesagt, dass ich vielleicht doch noch alt werde, wenn ich mich von Ärger veränderte. Was hat das zugeführt? Gut, bevor ich mich aufmachte, aufs Feld zu gehen, da besuchte mich der junge Lubos und mein Freund Markus Love. Sie sagten, es ging um ein paar verfallte Sätze und sie sagten, ich soll mitkommen, zuhören. Dieser junge Lehrling brachte uns an einem abgelegenen Ort am Stadtrand und blieb plötzlich stehen. Der Junge warf zwei Äxte vor unsere Füße und schrie, regelt das wie echte Männer hier und jetzt. Ähm, okay, was nehmen wir als Antwort? Es würde mich nicht wundern, wenn er seine Probleme in der Vergangenheit ebenfalls so geregelt hat. Ich war fassungslos, wusste nicht, was ich tun soll. Mein unerwarteter Gegner hob die Axt sofort auf. Ich hörte ihm nur noch schreien. Ich hab vertraut. Ich hab dir vertraut. Da steckte die Waffe schon in meiner Brust. Ich muss mich abkühlen. Die ganze Zeit. Ich habe keinen Streit mit Markus Love. Sag ihm das. Wenn du ihn siehst, ich... Ähm, Patrick, bevor wir jetzt hier irgendwas machen... Was soll ich als nächstes tun? Soll ich bauen? Soll ich irgendwo was hingehen? Ähm... Geh mal nach, äh, Skauki. Das Ende hat, ne? Haben wir noch, äh, eine Quest. Barsch. Ich brauch zwei Barsch. Hammer, hammer. Die kriegst du nicht so schnell. Äh, kannst du nach Skauki gehen? Da ist eine Quest offen. Ich bringe du... Wir müssen nämlich mehr Reputation haben. Wir brauchen ein paar neue Leute, Till. Okay. Machen wir mal. Gewicht. Was habe ich denn so... Markus Love. Was ist schon wieder? Kann meine Familie endlich ohren? Ich habe gerade Osibor im Krankenhaus besucht. Er hat euren Kampf überlebt und wird wieder vollständig gesucht. Ich habe ja nichts dabei. Ich habe ja nichts. Oh, mein Gott. Das ist enttäuscht. Scheinbar habe ich nicht hart genug zugeschlagen. Ich mache ihn noch mal fertig, wenn ich muss. Dieses Mal für immer. Ich habe gehört, du bist der neue Gerechtigkeitskämpfer hier. Was sind Osibors Verbrechen? Darauf kannst du werten. Er wird damit nicht durchkommen. Es gibt keine Gnade für Dieben und Stören für ihn. Okay. Ich sehe langsam das Problem. Der junge Lehrling hat alle Antworten. Hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Jetzt gehen die Leute aufeinander los. Auch cool. Dann haben wir vielleicht ein ganzes Dorf, das wir übernehmen können, wenn niemand mehr da ist. Oh, Mann. Will nur schwierig werden. Gegen Süden, hast du gesagt. So. So. Wo ist Bukoslava? Bukoslava ist sich am Waschen. Sehr schön. Bukoslava? Hi. Du schaust der Frau zu, die sich wäscht. Du bist aber auch einer. Ich habe vor Angst gezittert. Hast du etwas Neues erfahren? Ich bringe Neuigkeiten über Osibor. Er erholt sich in der Hobot des Baders. Oh, vielen Dank. Wie schlecht geht es ihm? Er wird es überleben. Warum würde jemand ihn schwer verletzen? Ich glaube nicht, dass Osibor schuldig ist. Hey. Mit Lubos. So, mich nimmt es Wunder, ob es in der Nacht auch immer noch so heiß ist. Meine Fresse, ey. Weißt du, was wir für Temperaturen haben? Wir haben plus 40 Grad. Ich sollte das Haus aufnehmen. Warum? Das ist Hitzewelle. Was? 36 ist bei mir. Aber mir ist 40. Du bist aber auch ein... Ich kann übrigens nicht gegen Süden. Das sind... Warum können die das? Ich schaue aus wie ein Geist. Ja, ich bin ja auch ein Geist. In deinem Leben. Oh. Haben wir noch verdorben? Ah, Nahrungsmittel. Wir brauchen bald ein zweites Nahrungsmittel. Ja, toll. Auf der Straße sind einfach Wölfe. Scheiße. Und wie soll ich jetzt da... Also, verstehen Sie mich? Nein, ich kann nichts verstehen. Wohin gehst du? Wir sind gerade im Dorf. Und Till geht in ein anderes Dorf. Wir müssen Quests absolvieren. Wir brauchen mehr Dynastie-Reputation. Um mehr Leute zu akquirieren, die für uns arbeiten. Nein, es ist die... Es ist die... Es ist... Oh, nein. Sorry. Ja, du bist... Ja, bla, bla, bla. Jetzt hast du die Waffe noch an den Arsch gegangen. Scheiße. Ich komme da nicht durch. Ich sprich mit Dervan. Ich habe fast kein Leben. Ich habe fast kein Leben mehr. Wie soll ich jetzt da durchkommen? Ja, aber irgendwo... Ja, dazwischen fertig. So würde ich das machen. Ja, finde ich auch. Die Grafik vom Spiel sieht richtig nice aus. Also, die haben viel Detailtreue reingemacht. Und die machen ja immer wieder Updates rein, dass das Spiel noch besser wird. Ist ja halt auch... Ist das die Unreal Engine 5? Nee, oder? Keine Ahnung. Wie sieht es mit dem Bericht aus? Lubus hat das Problem bereits gelöst auf seine eigene verdrehte Art und Weise. Du hast aber einen Berichterstatter, ne? Das wäre seine nächste Aufgabe gewesen, sobald er herausgefunden hätte, worum es zum Streitkern ging. Es ist schade, dass er mich nicht selbst darüber berichtet. Halt dich mit dem Beifall zurück. Zwei Menschen wären fast gestorben. Hat er das wirklich getan? Du bist nicht überrascht. Wie kommt das? Und was ist jetzt mit dem Brot? Sag mir, was passiert ist. Ja, das klingt nach ihm. Nun, vielen Dank für die Einzelne. Ich werde nicht alle weiteren Unruhe zwischen den Betroffenen verminen können. Hör mit dieser Scheiße auf. Der Junge hat sich noch nie für irgendjemanden außer sich selbst interessiert. Warum denkst du so zu seinen Miesetaten? Weißt du? Ich kann ihn nicht einfach so aufgeben. Ich habe jemandem ein Versprechen gegeben. Einem Freund, der in meinen Armen gestorben ist. Ausgebluten wegen mir. Ich schulde es dem Jungen. Ich schulde ihm einen Vater. Oh. Lobos ist der Sohn meines alten Freundes. Der dienten beide unter demselben König. Ah, okay. Wie kann das sein? YouTube sagt hier... Warte auf die nächste Jahreszeit. YouTube sagt mir... Ja, das Stream, das ist ein Spiel. Ja, aber das Spiel steht weder im Titel noch irgendwo sonst. Was ist los? Strange. Ja, du musst dir mal das Spiel selber benennen. Am Stream. Okay, Nahrung haben wir genug zu. Ah, ich wollte ja die Gürteltaschen verkaufen. Ich wünsche dir noch viel Glück, aber ich muss mich fertig für den Club machen. Und da gehe ich gleich mit ein paar Kumpels hin. Okay, hau rein. Viel Spass. Ich dachte schon im Spiel. Mittwoch im Club? Ja. Ich dachte auch zuerst. Hä? Hat der Adam Mittwoch irgendwas offen, was geiler Sound ist und so? Ich glaube mittlerweile überall. Ich weiss nicht. Das ist nicht wie früher. Das ist nicht wie früher. Das ist nicht wie früher, als wir noch vor zehn Jahren 18 waren. Die Zeit ist eine andere. Gut, ich habe 1200 Münzen gemacht. Und ich bin jetzt über die Brücke gegangen. Es sind aber noch nur 36 Grad. Was ist denn los? Ich komme wieder zu dir. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich bin aber unterwegs. Ach so. Ich muss erst die Bitrate wieder hochstellen. Von Auto auf 75. Also maximal hier. Das ist... Oder habe ich hier den Blur-Effekt oder irgendwas eingestellt? Das kann auch nicht sein, oder? Grafik, Auflösung, 4K, joo, 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 ja. Seht dich wegen Bildschirmen. Ah, hast du Bock? Ah, scheiße, du musst Häuser bauen, Till. Nein. Ah, hast du Bock? Ich bin aber weit entfernt von zu Hause. Nur mal so. Ah, hast du Bock? Nein, habe ich nicht. Geh weg. Na, hast du Bock? Ähm. Damn, es ist heiß. Na, hast du Bock? Äh, what the fuck? Na, hast du Bock? Was? Wie geht denn das jetzt wieder? Sechs Stück? Du bist ein Gewarten. Ich habe mal fünf Leute angekriegt.